Mein Name ist Marianne Schneider, ich komme aus Deutschland, lebe zehn Monate jetzt in Tiflis mit meinem Mann. Mein Mann arbeitet hier in Tiflis und meine Zeit verbringe ich mit Malen. Und wie man sieht an meiner Ausstellung, ich denke, doch ein kleines bisschen erfolgreich. In Deutschland habe ich mit dem Malen in der Schule schon begonnen. Die Zeit für Malen war leider nicht mehr gegeben. Ich habe geheiratet, ich habe zwei Kinder bekommen. Und erst im Jahr 2001, nachdem ich mit meinem Mann nach Kiew gegangen bin, konnte ich die Zeit finden, um endlich mit Muse malen zu können. Da ich vorher immer Aquarell gemalt habe, wollte ich zu meinen Ursprüngen zurück und wieder Ölmalerei anfangen. Und habe mir in Kiew einen Künstler gesucht. Und dieser Künstler hat mich dann etwas unterrichtet in Öl, wie man Öl verarbeitet und so weiter. Und ich denke, es ist eine bescheidene Kunst, die dabei entstanden ist.